Die Gottesdienste an Ostern auf RTF1. Trotz Corona müssen sie nicht auf Kirche verzichten. Am Ostersonntag ab 9.30 Uhr zeigt RTF1 live das Pontifikalhochamt zum Ostersonntag mit Bischof Gephardt Fürst aus dem Rottenburger Dom St. Martin. Anschließend ab 11 Uhr der evangelische Gottesdienst mit dem württembergischen Landesbischof Frank-Ottfried Juli. Die Sendung aus der Stiftskirche Stuttgart steht unter dem Motto Du bist nicht allein. Ab 14 Uhr sehen Sie am Ostersonntag einen evangelischen Gottesdienst aus der Martinskirche Pfullingen.